ja hallo meine lieben herzlich willkommen zu neuen video von my home art heute geht es um die frage dürfen wir die oberflächen von dem my home art platten und von dem schutzlack nummer drei dürfen wir die oberfläche wirklich gut nass machen können wir damit nicht mit der bürste drauf rum arbeiten oder mit schwamm oder mit irgendwelche waschmittel oder so und ich denke mal dass man das ganz gut bestätigen können dass das funktioniert indem ich euch jetzt das video aus den anfang der 2000er jahre mal einspule dieser junge typ der wo da drauf ist dieser dynamische typ das bin im übrigen ich und man sieht dass das damals schon bedingt gegangen ist dass man die oberfläche ganz ganz leicht mit wasser benetzen durfte heute geht es noch viel besser in dem sinn wünsche ich euch viel spaß beim selber machen bis zum nächsten video eine tolle zeit danke dass ihr zugeschaut habt und servus sieh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020